Hallo Leute und Willkommen zu meinem Minecraft Tutorial. Ich lass das jetzt mal hier offen. Werde jetzt mal den Schwierig. Heizgrad. Er ist schon noch schwierig. Weil wir wollen Level sammeln. Und wenn wir einmal K.O. gehen. Welches Video sofort beenden. Egal wie wir K.O. gehen. Ich werde es beenden. K.O. machen kann ich. K.O. Na, na, oh. Der könnte ich meinen, hey. Versteck dich doch an. Ne, ne ne, 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 ne. Nein, nein. Ich würde mal sagen... Ja, es wird dunkel. Und wir verstecken uns einfach auf meinem Haus. Und wir verstecken uns einfach auf meinem Haus. Wir können es eigentlich auch da oben verstecken, aber es würde ein bisschen unlogisch sein. Ich hoffe, es laggt nicht, das Video. Ich mache auch gerade keinen Livestream. Die erste Nacht werde ich nochmal Schiss haben. Ich werde mal ein bisschen hüpfen, damit wir auch Hunger verlieren. Es wird doch Schwierigkeitsgrad schwer. Ich habe kurz die Aufnahme angehalten. Also höchstens Spinnen könnte ich hoch und die Endermans. Ich mache mal kurz das Nervenportal aus. Genug Obsidian habe ich ja noch. Ich habe gerade eben da unten einen Zombie gesehen. Wir kämpfen. Komm her du. Ja, aber wir haben fast kein Level bekommen. Wo ist nicht das ganze Gunpowder? Wo ist nicht das ganze Gunpowder? Ich weiß nicht, ob ich auch so lange aufnehme. Oh mein Gott. Ich muss mich verarschen, kleiner. Weiter. Ich muss mich verarschen. Digga, das könnt ihr nicht machen. Ich muss mich verarschen. Robachs kennen mich mal. Ja. Das hätte man nur noch essen können. Aber es hat nur noch die Stimme. Ist mir auch recht. One Shult. Ja, One Shot genau. Ich spiele Fortnite One Shot. Jetzt werden diese Zombies hier sterben. Das sind meine Tiere. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du musst jetzt ja nur ganze Tiere töten. Du, mein Schweinchen. Theoretisch hätte ich sie auch weiter suchen können. Oh Gott! Oh, jetzt hab ich das noch erschreckt. 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 Jetzt hab ich mich aber richtig erschreckt. Jetzt ist es wieder ein Zombie. Ach, wir haben einen Fan. Ich bin anscheinend doch berühmt. Aber nur in diesem Spiel. Und nein, das ist nicht Minecraft. Das ist Block Mastercraft. So ne Fake-Certion. Ich werde jetzt versuchen, euch das unten in die Videobeschreibung zu verlinken. Oh, das hier wohl kein Monster ist. Warum? Komm da runter. Pass auf Creeper. Machen wir es so. Ich helfe dir runter und du gibst mir deinen Gunpowder. Vergiss, ich helfe dir doch nicht runter. Oh Gott! Das wär's fast gewesen. Wieso ist hier ein Loch? Ich hab grad so schiss. Ich spiele eigentlich immer ohne Dings damit denn. Damit wir keinen Hunger bekommen, aber... Oh Gott! Ich hasse dich Creeper. Ah, da hinten ist ja noch einer. Gib mir gern Powder. Doch nicht in der Explosion. Bist du bescheuert? Ja, da findet auch noch ein Zombie. Wenn da oben so ein Creep runterfällt. Ich werd mal die auch noch mal ein bisschen länger machen. Wenn ich gucken will, bis wie viele Minuten ich online stellen kann. Bis jetzt sind wir ja noch nicht gestorben. Bis jetzt sind wir ja noch nicht gestorben. Ich glaub das schlimmste wäre, wenn wir jetzt in den Nerder gehen. Genau das machen wir nämlich auch nicht. Ich hab nur zwei Mal gar ein Torer bekommen. Stopp, es wird... So Leute. Ich versuch jetzt mal, mir ein Feuerzeug aus meiner Beersche oben zu holen. Was da kein Monster ist ... ... ... Ist da kein Monster ist? ... ... Ich werde euch hat ihn. Hier sind sie oben zusammen. Sobald der Scheißerung ist. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020